Guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit der XGB heute am Dienstag, den 5. Dezember 2023 und wir wollen natürlich heute auch wieder einen Blick werfen auf Gold nach diesem fast schon historischen Tag, den wir gestern zu sehen bekommen haben, eine solche Volatilität. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Statistiken mehr angeschaut, wann wir schon solch eine Handelsspanne mal zu sehen bekommen haben und zwar ausgehend von den Hochs, die wir über Nacht ausgebildet hatten um 2140, 150 US-Dollar pro Feinunze runter bis auf 2020, roundabout, das sind 120, 130 US-Dollar pro Feinunze Schwankungen. Die wir innerhalb von noch nicht mal 24 Stunden zu sehen bekommen haben. Ich hatte gestern an dieser Stelle gesagt, große Vorsicht im Hinblick auf diesen Breakout, hatte auch von meinem Trade ja gesprochen gehabt und wie ich den gemanagt habe, das werde ich gleich hier nochmal kurz nachbetrachten. Es ist ziemlich genau so gekommen, was mich veranlasst hat, den Trade rauszunehmen. Es geht von dieser Konsolidierung um den Schlusskurs, die Eröffnung, die wir dort zu sehen bekommen haben und der ausgebliebene Bounce. In den Abend hinein ging dann nochmal die Post auf der Unterseite ab. Und ich will gar nicht mehr ausschließen vor dem Hintergrund der diversen Wirtschaftsindikationen, die jetzt in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. US-Arbeitsmarkt, JOLZ heute am Dienstag, ISM Service, der wird auch um 16 Uhr veröffentlicht, mitteleuropäischer Zeit. Wir haben morgen die ADP-Zahlen, NFPs am Freitag. Das könnte durchaus sein, dass hier eventuell nochmal ein Push unter die 2000-Dollar-Marke anstehen könnte. Long will ich ehrlich gesagt, jetzt nicht sein, auch wenn ich insgesamt weiter, längerfristig, 5 Jahre plus, das hatte ich ja auch schon mal zum Thema gemacht hier an dieser Stelle, eigentlich long bin für Gold. Also, darauf werden wir auf jeden Fall einen Blick werfen. Wir werden auch einen Blick werfen auf eine vielleicht ganz interessante Aktie für den heutigen Handelstag, die gestern nachbörslich Zahlen vorgelegt hat. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so zum Thema machen, aber GitLab könnte durchaus interessant sein. Bevor wir jetzt allerdings immer weiter reden, ohne Charts, zunächst der Blick auf den Risikohinweis und dann geht es offiziell in die X-Session. Also, Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet gehen, mit dem hohen Risiko, ein hässchener Geld zu verlieren. Sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt. Erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de, kostenlos eine Demo herunter, teste der Handel risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, verschiedene Risiken verweist, findet ihr auf xdb.com.de. Darüber hinausgehend muss gerne die Möglichkeit, auch Kontakt mit dem Berliner Kundensupport aufzunehmen. Kontaktdetails folgen sogleich. Kurz in eigener Sache, bitte nicht in folgenden Minuten. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Könnt ihr gerne eure Fragen stellen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos, aber bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, Berliner Büro, Telefon- bzw. E-Mail-Adresse, xdb kurz als Broker vorgestellt, bester CFD-Brokersjahres 2023. Die Gründe dazu geführt haben, findet ihr hier links einmal aufgelistet. Darüber hinausgehend natürlich die xStation, die erwähnenswert ist und auf die wir genau jetzt einen Blick werfen wollen. Und wir wollen beginnen mit einem Blick auf den Chart in Gold nach dieser Squeeze-Bewegung. Ganz kurz noch einmal zur Erinnerung. Swing-Position meinerseits, schon aufgesetzt gehabt letzte Woche. Ich weiß es gar nicht mehr, ich müsste jetzt nochmal auf die Zeitstempel gucken. Ich glaube, am Montag hatte ich die Position aufgesetzt. Ja, ich glaube, am Montag war es am Dienstag positiv überrascht worden. Genau, durch diesen ersten Push auf der Oberseite. Schönes Halten hier an dieser Stelle, Konsolidierung. Hatten wir, glaube ich, auch zum Thema gemacht gehabt. Wenn nicht an dieser Stelle, dann auf jeden Fall im Live-Event mit den xDW-Kunden. Und dann kamen am Freitag diese Kommentare von Jay Powell, die, ja, was eigentlich gesagt haben? Nichts, ehrlich gesprochen. Also wenn man es ein bisschen wirken lässt, es ist eigentlich nichts gesagt worden, was in irgendeiner Form eine solche Eskalation, möchte ich sie schon fast nennen, auf der Oberseite irgendwie rechtfertigt. In irgendeiner Weise Kommentare, geldpolitisch, man wird sich vielleicht sogar restriktiver präsentieren. Das ist eigentlich nichts, was positiv ist für Equities, Entschuldigung, Equities auch, die sich stabil präsentiert haben, aber auch Gold darüber hinausgehend. Und so, sommer summarum sind wir dann doch mit einer Spekulation konfrontiert gewesen, die sich auch am Terminmarkt gezeigt hat, im Zinsbereich ganz besonders, also im FedWatch-Tool, wo wir dann jetzt tatsächlich sogar bis Ende des Jahres 2024 erwarten, seitens der US-Notenbank, also seitens des Terminmarktes, dass diese Leitzins über die kommenden zwölf Monate um 125 Basispunkte senken wird. Also konjunkturelle Eintrübung, vielleicht auch eine Unterstützung dann einer Kampagne der Demokraten, vielleicht im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl, keine Ahnung, was auch immer die Basis ist. Solche Spekulationen hatten wir auch schon zu sehen bekommen, zu Beginn dieses Jahres, beziehungsweise im März, rund um diese Mini-Bankenkrise in den USA. Und auch dort hatten wir einen geldpolitisch sehr, sehr expansiven Kurs antizipiert des Terminmarktes, der sich dann allerdings zurückpendelnd präsentierte, was allerdings nicht zu einem großen Korrekturmodus irgendwie in Equities geführt hat, ganz im Gegenteil. Also Nasdaq beispielsweise, sehr zinsreagibel, weiter über 40% für das Jahr im Plus. Also, lange Rede, kurzer Sinn, zurückkommt auf Gold an dieser Stelle, er hat nichts gesagt. Also Jay Powell hat nichts gesagt, das war die Grundbasis und wir sahen dann diese Squeeze-Bewegung, die hier stattfand, dünnes Umfeld und dann eben dieses scharfe Reversal. Und ich hatte gesagt gehabt, also ausgehend von dieser Long-Position, ich gucke mal, nachdem wir jetzt reingekommen sind, 60, 70 Dollar, was schon eine extreme Volatilität auch war für Gold, möchte ich an der Stelle mal schauen, ob wir um den Schlusskurs einen Bounce sehen eventuell. Reinlaufen und dann eventuell nochmal aufdrehen Richtung 2100, tiefes Hoch vielleicht, dass ich dann dort einen Teil rausnehmen würde, vielleicht so 40% der Position, 50%, den Rest stopp unterhalb der dann ausgebildeten Intraday-Tiefs. Außer natürlich, wir sehen keinen Bounce und das ist das, was kam. Wir sahen hier diesen kurzen Flasch rein in und auch über die Eröffnung und den Schlusskurs von Freitag, Eröffnung von Montag. Und wir haben dann hier lange, lange Zeit, also das sind 30 Minuten Chart, Stunden konsolidiert in diesem Bereich, was mich dazu veranlasst, da zu sagen, also ein Bounce nach solcher Bewegung, der sieht anders aus. Da siehst du eine kurze dynamische Bewegung runter und dann einen Bounce eben. Und wenn der nicht stattfindet, dann ist das ein Signal, dass wir potenziell noch nicht fertig sind. Nicht, dass ich das getradet hätte, aber es hat mich dazu veranlasst, eben meine Position zu geben. War genau die richtige Entscheidung offensichtlich, denn wir haben dann in den Abend hinein nochmal stärkeren Abgabedruck gesehen. Und jetzt bildet sich eine Konsolidierung aus im Bereich um. Roundabout hier diesen Bereich 2030, 2040 US-Dollar. Auch hier, das ist eine sehr verhaltene Gegenbewegung. Es hat sich jetzt eine Trendlinie etabliert, gegen die wir zunächst halten können. Aber nichtsdestotrotz, ich habe gerade den XTW-Kunden hier im Live-Event gesagt gehabt, ich wäre nicht überrascht, wenn wir dort einen Push tiefer zu sehen bekommen. Und wir haben einige potenzielle News-Katalysatoren des heutigen Tages. Wenn wir in den Kalender blicken, wir haben die Jowls, das heißt also die ausgeschriebenen Job-Vakanzen seitens Unternehmen, die, wenn wir hier zum Beispiel einen Print zu sehen bekommen, der über die Erwartung reinkommt, offensichtlich in eine prosperierende Zukunft schauen. Denn ein Unternehmen, was einen Job ausschreibt und nicht diese Stelle schreibt oder nicht plant zu besetzen, guckt eben in eine Zukunft, die offensichtlich eher positiver ist. Was wiederum eine geldpolitische, restriktivere US-Notenbank bedeuten würde, was eher bärisch wäre für Gold zum Beispiel. Das gleiche ließe sich anwenden für den ISM-Service zum Beispiel, Einkaufsmanager-Index. Wir haben dann morgen die ADP-Zahlen, die noch veröffentlicht werden und so weiter. Also diverse Wirtschaftsindikationen und jegliche Indikationen oder jeglicher Print, der in irgendeiner Weise einen restriktiven geldpolitischen Kurs an den Step-Fit wahrscheinlich macht, würde einen Break dieser hier etablierten bärischen Konsolidierung, Trendlinie, wie auch immer, auf den Weg bringen. Und gehen wir unter 2030, wäre ich nicht überrascht, wenn es nochmal Abgabedruck in Richtung der gestrigen Tiefs gäbe. Vielleicht sogar eine Attacke auf die 2000-Dollar-Marke. Also das Bild hat sich nach ursprünglich super bullish und Momentum auf der Oberseite aufnimmt, jetzt auf eher, ich würde nicht sagen super bearish, aber zumindestens mal eher bearish verschoben. Auch im Hinblick auf das, was jetzt hier passiert ist vielleicht gestern. Ich hatte das gestern an der Stelle, glaube ich, gesagt gehabt. Hat ein bisschen den Eindruck, als wenn da vielleicht vermieden werden sollte, dass durch einen fundamentalen Katalysator wie US-Arbeitsmarktzahlen, dass wir infolgedessen hier eventuell einen nachhaltigen Break höher zu sehen bekommen. Vielleicht seitens des Papiermarktes ganz besonders irgendwelche Gold-ETFs oder dergleichen, wo wir dann auch ausgehend vielleicht vom Terminmarkt eine entsprechende Exposure hätten, wo eine Lieferverpflichtung seitens großer Finanzinstitute vielleicht im Hinblick auf physische Goldlieferungen eben bestehen würde, was ich vermeiden möchte. Und infolgedessen eben versuche ich hier durch solch einen Stop-Phishing-Move und einen anschließend stärkeren Abgabedruck eben uns und ein entsprechendes Ausübungsniveau zurückzuführen. Also das könnte durchaus eine Möglichkeit sein, sehr, sehr spekulativ logischerweise, aber nichtsdestotrotz mutet alles sehr, sehr seltsam an, was wir hier zu sehen bekommen haben. Ich bleibe für Gold insgesamt übergeordnet bullish. Damit ich aber jetzt wieder auch davon ausgehe, dass wir dann deutlich über 2.100 Dollar gehen, brauchen wir erstmal einen Rücklauf über 2.070, vielleicht 2.080 US-Dollar und einen Tagesschlusskurs drüber. Und davon sind wir gerade entfernt. Also eher sogar nochmal ein Push unter die 2.000 Dollar Marke, den wir zeitnah erwarten sollten. Gold bleibt also durchaus volatil, durchaus interessant. Ich möchte auch darüber hinausgehend noch einen kurzen Blick werfen, einmal auf eine Aktie, die kaum einer auf dem Schirm haben wird, GitLab. Ein Unternehmen, welches eine Entwicklungsumgebung, so im übertragenen Sinne, für Developer, für Programmierer zur Verfügung stellt, wo man dann auch seine entsprechenden Codes teilen kann, sich austauschen kann mit anderen Programmierern, Zwecksverbesserungen und dergleichen. Und gestern mit erstaunlich starken Earnings nachbörslich. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, also ich hatte GitLab auf dem Schirm insofern, als dass ich wusste, die nachbörslich zahlen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagte, boah, Mensch, das wird aber das ultimative Event. Und ich habe dann die Zahlen gesehen. Ich habe auch darüber hinausgehend die Guidances gesehen. Durch die Bankwerk, alles besser als erwartet. Und hoch, ja, vielversprechend, möchte man vielleicht sagen an der Stelle. Ich finde das jetzt dahingehend interessant, weil das ist jetzt GitLab. GCLB ist das Tickersymbol. Mit der langfristigen, so möchte ich sagen, mehrere Monate dauernden Akkumulationsphase, wo wir jetzt auch zurückgelaufen sind, über die 200-Tage-Linie in Rot, über die 100-Tage-Linie und wo die 50-Tage-Linie in Grün, davor steht jetzt ein Cross zurück über diese 50-Tage-Linie zu sehen. Das ist noch kein wirkliches Auffächer nach oben, so wie wir das im Adventsspezial-Webinar letzte Woche am Mittwoch mit Ex-Leber zum Thema gemacht haben. Aber in Verbindung mit dem Gap-Up von 17%, 2 Millionen Stücke, die nachbörslich gehandelt worden sind, bei durchschnittlich 1,8 Millionen Stücke, die in den letzten drei Monaten umgehen in der GitLab, muss ich sagen, sagt mir das schon zu. Das ist schon nicht uninteressant. Wir sind in der Nachbörse gehandelt worden bis roundabout 61, 62 glaube ich sogar. Frage wird sein, können wir die 61 halten zur Eröffnung? Falls ja, sollte sich das herauskristallisieren, würde ich tatsächlich dazu tendieren zu sagen, GitLab ein potenzieller Momentum-Kandidat auf der Oberseite mit Potenzial in die Mitte 60er vielleicht sogar. Also könnte durchaus einiges an Metern machen und durchaus für Momentum-Plays kurzfristig interessant und auch in den nächsten Tagen vielleicht interessant sein, mit dann Potenzial vielleicht sogar bis in die 70er gefiltert. Ich will jetzt nicht übertreiben an dieser Stelle, aber auf jeden Fall ist das eine Aktie, die hätte ich auf dem Schirm, sieht vielversprechender aus für eine kleine Jahresendrallye, durchaus ein Kandidat und wie gesagt, heute, auch in den kommenden Tagen durchaus ein Lauf bis 65, 70 vielleicht sogar, durchaus denkbar und definitiv einen näheren Blick fährt. Das meinerseits. Happy Trading. Passt auf, die Stopps auf. Wir hören uns wieder dann morgen am Mittwoch hier zum Nikolaus. Mal schauen, was der uns mitgebracht hat oder ob es die Route gibt von Knecht Wubrecht. Schauen wir mal. Happy Trading. Passt auf, die Stopps auf. Wir hören uns morgen. Bis dann und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.